Jo, meine lieben Freunde, ein herzliches Willkommen zurück bei KTA 5 und wir sind Trevor. So, wir sind Trevor und ein herzliches Willkommen zurück. Kann ich den eh schlagen. Komm, schlag ihn doch mal. Nee, kann man nicht schlagen. Geht nix. Äh, das Auto ist da noch geparkt geblieben. Stimmt, wir haben jetzt mit Trevor knapp über 200.000. Ja, und... Was macht der Geld? Wir steigen einfach in das Auto ein. Höh! Höh! Voll idiot. Okay, was machen wir? Ähm, auf zum D will ich überhaupt, ne? Oder nicht? Auf zum D, dann machen wir ein G. So, ich hab's eigentlich geschafft, Freunde. Ups, wir sind zu weit oben. Ich hab's eigentlich geschafft, meinen Stufeffekt einzustellen. So, dass es eigentlich nicht zu weit oben liegt auf dem Tisch und nicht zu weit unten. Wo ist denn? Was ist denn los mit dem Auto? So... Groß, dein Papa! Jaw rechts ist, du bist... Oh, hoppla, falsche Tafne. Okay. So, wir waren ja beim letzten Teil beschäftigt. Mit Solomon. Mit Michael. Ja, und... Ja, und heute fahren wir zum Schalthalt. Ich glaube, der Reifen ist im Arsch. Oh, der hat volle Dingshänger, schau. Oh, das haben wir gleich. Ja, immer noch. Irgendein Reifen hängt voll. Oh, der ist voll der Linkstück. Der linke Reifen im Arsch. Wie, ich krieg keinen Polizeistand. Gib dich zum Erfangen der Polizeiwache. Devin Weston sagt mich. Oh, oh, richtig. Äh, der Helipad ist auf dem Ruf. Du bist der falsche Tafne, Mann. Ah, stimmt. Mit Franklin ist man da nicht hochgegangen. Mit Franklin war so hochgeportet, würde Trevor nicht. Aus welchem Grund auch immer. Die Töne sind ja eigentlich alle verschlossen. Ach, nee, stimmt. Da ist ja nicht immer ein Helikopter, der Frank. Der ist ja unten. Der sie ist. Ruhig along. Sure. Let's go. Boot up the scanner thing. It can pick up those new ID cards, right? When it's on, just fly where I point. Okay, boot up. You can use the sticks to move the camera. Zoom in and out. It'll pick up pedestrians carrying the 2012 SA State license. If you target them, the scanner accesses the database and pulls their record. Fine. I got a pill on the ground. We're gonna go see. Hey, you research in a movie? Or TV? You're screenwriter, right? Mm, not exactly. An actor? Kind of smells like you're researching a role. Hey, buddy, look. I got a confession, okay? I'm not an actor. Or a writer. Or the son of a bigwig. I'm a criminal and your boss has kind of sold you to me. Sold me? I'm afraid so. Like chattel. Huh? Now we got that clear, you need to know we're looking for a high-value automobile. Once we find it, my guy in the ground will jack it. And we're great. Who we got over by the oil derricks? My man! I'll give him a scan. Public exposure! What's the deal, Franklin? Man, fuck that. I got a high ass, homie. One time I'll pick a brother up for any old shit. You want me to take it out on the LSPD representative sitting beside me? Man, just get to Howard. Dude, we looking for us down that way. I'll follow in the court. Howard! Okay, you heard the man. Wherever you want to go. Okay, friends. Yeah, Franklin is here. You arrested my african-american friend for a minor infraction? The LSPD disgusts me. It's not me. I mean, there's some bad apples in the department. But any accusation of a racist culture, uh... You want to bullshit me? You can bullshit the freeway! We do community outreach. But we have minority quotas. Yeah, yeah, yeah. Your nightstick's got a minority quota. I should take... Look, please. We've come so far in the last two decades. Oh, you're lucky I can't use this thing with one hand and fly with the other. Come in, Franklin. We're in position over Howick Avenue. What's the name of the suspect? The dude's name is Chad Mulligan. All right? Chad Mulligan. Roger that. Zo, zo, zo. Huh? This isn't the one. Two guys on the rooftop going at it. Lady downstairs in the bikini. Let's see if we can connect the dots. Not our guy. I got you, you creep. It's a free country. I know my rights. It's him! You got him! She's showing it off. She wanted me to look. You're a very sick man. Keep telling yourself that. She wanted it. It's you. Come in, Franklin. Suspect's not in the area. I repeat, Suspect not found in the area. All right, all right. We might be a couple of lefties today. Roger that. Yo, okay. Sprecher können wir auch aufnehmen. Das ist ja coole. Would you look at that couple? Finally, normal adjusted healthy people in this horrible town. Okay, now we're going to be a couple of lefties today. You can't be thinking about any of them, but me. I would never. I'll see you later, okay. I'll have you. Come in, Franklin. We've got a positive ID on the suspect. I repeat, we have visual on Chad Mulligan. No vehicle in sight. All right, look, cool. We're looking for his lockup, dog. All right? Stay home and look out. Roger that. Okay, jetzt müssen wir verfolgen, bis er das Auto findet. Das ist der Z-Type. Von dem es nicht viele Geld gab, gibt. You want him to be in a fragile place physically? Nice, great. You upset him. We have lost sight of the suspect. Might have to send Pilot Boy down to draw him out. Hold on, wait. You should come out from behind that building. Suspect's on foot. Okay, I see the chop. I ain't far away. Mm-hmm. Das ist ja sehr spannend, diese Mission. Ja. Und was macht ihr so noch, Freunde? Ich hocke mit dem Helikopter und scanne durch den Chat-Ala. Voller Chat, man. Suspect stopped walking. It appears to be accessing a small garage. All right, all right. Let's see. I'm gonna get the call. Hey, motherfucker. Oh, shit. Shit. Oh, fuck. Oh, fuck. What happened? Hey, look. Just stay on him, man. And let me know where he is. Suspect sighted going south on Dutch Drive. Suspect going west down alley toward El Rancho. Yeah, okay. Hey, where is he, man? Car going north on El Rancho. Yeah. All units be advised. We have a possible joyrider heading west on Howick in a black Z-Type. Hey, man, you getting other cops on this shit. Nah, homie. I appreciate the authenticity. Oh, okay. Well, I fucking don't. Why not Franklin? Oh, that's so close. Topper Unit 3, we have reports of dangerous driving in your sector. Uh, what is this? Topper Unit 3. Reports are greatly exaggerated. Over. Your boy Chad very nearly totaled the score. Oh, Chad. That was close. All right, I see him. I see him. I'm moving in. Hey, where's this fucking ass away? Suspect back on Del Perro heading west. Frank, you gotta speed this up. He's getting away. You see him? Reckless driver sighted crossing Dorset Drive. Suspect sighted near the Life Invader offices. Okay. Bald haben wir ihn. Er kommt nicht mehr weit. Das Parkhaus ist er. Hey, you my eyes, right? Lost sighted suspect near a parking garage. Request Ground units to investigate. Pilot boy. Take us down. I need to see inside the building. So. Oh, er muss jetzt uns runterfliegen. Dann scannen wir mit der Wärmebildkamera die Fahrzeuge. He's giving me a little air sickness. I get violent when I'm queasy. I'm sorry. I'll keep her steady. All garage exits clear. Suspect is in the building. I can't see him. Need some help here, fly boy. Where is he? Hey, uh, you can toggle to thermal vision if you think that would help. Oh! Well, you might have just earned yourself a reprieve. You know, I think I'm developing feelings for you. All right. Oh, this might help. Hey, can y'all still see me? I'm in the middle of the garage, man. Right here. Roger. We have visual. Hey, take a look around. Is there another heat source? Near side of the garage. On my left. There's a man in a car. It's better be him. It's better be the guy. Hey, that's the motherfucker. Thank you, Trevor Phillips. I know you think this car... Suspect down. Fine work. Alles klar. So, nahm wir Ihnen, Freunde. Den Z-Type. Darum mal die fette Molli an à la. Moby Dick hier. Mr. Clinton. Hey, Moll, right? I got that car for y'all. The Z-Type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All right. Hey, up to lippin' the ride to Los Santos International. Hey, is the lady gonna be there? Or just the dick who ain't payin' us till we get all the cars? All right. All right. Say hello from me. Tamale. Man, I ain't hitting on nobody for you, man. At least the ball hurt. C'est bon, why not? It's about time I settle down. Boah, this car. This car. That's so cool, this car. Mega schnell Und mega kaputt Och nö Puh, dachte wir springen jetzt schon drüber Das Teil ist so brutal schnell, Alter Noch nicht so'n geiles Auto gehabt Die Höchstgeschwindigkeit ist einfach brutal Die Beschleunigung ist zwar nicht der Hit Aber der... Boah, Alter Am Ende des Drehmoment Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here Mr. Weston's Hangar is up there on the left Wollen wir noch eine Runde fahren? Wenn das hoffentlich geht's Und noch schnell Fahren wir noch eine Runde, oder? Ich hoffe, dass... Das ist nicht AC-Schlag zu berechnen Zu bezeichnen jetzt Von voll an Schub Nicht, dass wir hier Sterne kriegen, aber ganz hinterfahren Ja Ja Hier ist sie Die Snowbird-Retiree-Pals Du bist sehr stark Ja 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 Tänke die Fahrt und geh! Ich bleib jetzt kurz mal stehen. Hoppla. Okay. Warte mal, ich möchte mir... Schaut mal nach, welches Auto es ist. Alles klar. Bestanden, das Auge am Himmel. Nicht ein Kratzer, nee, das ist was. Ja, komm. Ich hab dir einen großen Gefallen getan, Jungchen. Martin Madrasso braucht Hilfe über irgendwas. Er wollte dich. Ich hab doch Trevor mit's Boot geholt. Gern geschehen, wir müssen rauf zu sein, der Rounge. Rounge in der Nähe der Senora Road. Ist ja geil, Mann. Boah, da freu ich mich wieder für den... Es gibt doch irgendwo eine Taste, wo man die Map nachgucken kann, ne? Ups, das war die Fahrschütztaste. Ah, da. Bravado Gautland Massacre. Auf. Fy. Ja, früher war es auf T-Kummer. Scheiße, aber geht hier auf hier. Alter, stehen da mit der Stummwehr rum. So, Freunde. Wie viel Geld haben wir? 366.000 ist nicht grad viel. Nicht grad viel. Aber dann könnt ihr ja alles noch ein bisschen mit Aktien erhöhen. Und mit letzter Mission bestimmt auch noch. So, was machen wir jetzt? Und ich hab schon wieder vergessen, mein Timer zu stellen. Ich bin so ein Idiot. Einen Augenblick, das mach ich schnell. Ähm. Ja, ich will jetzt nicht spielen, Handy. Wo soll denn? Ah, dort, Freunde. Einen Augenblick. Start. Ich schau schnell nach, wie lang ich aufnehme. Na gut, 22 Minuten. Wie kann man den eigentlich gut verbessern? Ah. Okay, Freunde. So. Machen wir wieder ein kleines Auto aufziehen. Entschuldigung, UPS. Einfach aus Spaß halber. Tünen macht ja immer Spaß. Vor allem bei GTA 5. Bei GTA 5 kommt man besser zuhören wie bei Nifo Speed. Ist klar, ne? Ich bin nicht begegnen für Speed, aber... Ich bin nicht begegnen für Speed, aber... Sorry. Sorry. will ich mir schon mal schön, like, Ruben. Braugen wir nicht. Federung. Bombour vier rein. Getriebe, Vollen. Turbo, natürlich. Reifen. Typ. Luxus Fenster Limousine so das war es eigentlich Farbe kann man noch machen genau Lackierung Primärfarbe warte mal wenn ich zoomen es ist klassisch matt metallic ich weiß nicht vielleicht lasse ich den sogar blau äh blau weiß ne ich mach nen grün das hängt mit der Farbe metallic ich würd nen schwarz jetzt nehmen ja mach mal n schwarz da sind ein paar Metalle dabei hier Milpasta also mir gefällt Lichter müssen wir noch einstellen können das ist jetzt auch noch geil also andere Lichter und so kann man die Heck stoßen und so was jetzt gar nicht ändern bei dem Auto interessiert mich jetzt egal da lasst uns nicht mehr rein jedenfalls schneiden die Garage noch nicht mehr wir nicht mehr wir Jawoll, so, Autos sind voll getunt von der Garage wie gesagt, dann setzen wir wahrscheinlich zu Michael und zwar war ja auch nicht außer Randalik, glaube ich, noch, und eine Liederschein Nein! Mein Auto! Oh, Alter, fahr halt zu! So, fahren wir mal rein! Wir haben ja nur das andere noch, oder? Ja, das ist Schrott! Die Garage zu verlassen! Ja, mach halt auf! Vollidiot! Okay! Everything hurts! Was? Das ist sein Auto? Also, wenn das Michael sein Auto ist, dann müssen wir das vielleicht ein bisschen auftunen, weil... Das ist ja eine Vergewaltigung für mich selbst! Das ist ja eine Vergewaltigung für mich selbst! Das Auto ist ja eine Katastrophe, Alter! Das ist ja eine Vergewaltigung für mich selbst! Ich bin da drüben, ey! Das ist ja ein geiles Auto! Das ist ja eine Vergewaltigung für mich selbst! Das ist ja ein geiles Auto! species. Das ist ja hier! Ich bin dritten. Schön, dass es das Auto ist! Ist das ja ganz anders! Herr kme da, wenn ich tun, ich bahs mal noch einmal der Ausgang von sonst irgendwo noch mal schön brauche ich nicht Lackierung Rot Gelb Grün wird da auch geil ausschauen das blaue ist geil das blaue Seitenverkleidung ist schon Spoiler der passt die Tuge rein man müsste die Zoll ändern die 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 Ah. So, Garage gekauft. Äh, was war das? Wir fahren einfach mit dem Auto zu müssen. Müssen wir uns ganz klauen. Und ich weiß ja nicht, ob das mal kaputt geht. Warum ist die Kamera immer so blöd da angestellt? Das ist richtig blöd. Ja, ich und meine Autofahrkünfte. Oh, Reifen ist im Arsch. Oder Motor. Hat's getroffen. Nee, die Reifen. Hey, wo fährst du hin? Die Reifen gehen immer so schnell kaputt. Oder das Blech hat für die Reifen. Was ist das? Es ist ein Ding. Du sagst du willst, das ist Arbeit. Aha. Und wer ist der Mann? Wir sehen uns. Yes? Hi. Hallo. Wir suchen für Mr. Madrazo. Patricia, für fuck's sake. Just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia. Get us something to drink with you. Quickly! Good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit, sit, sit. What did you tell him about me, about... Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin... is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people... They no longer fear me as much as they used to. People who wear clothes to me. My cousin... You married Michael. Well apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Ah, hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. He's taking some files of mine. Innocent files that I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know and when he flies by... Shoot him down and get the files back. A man was a pay. Huh? Trevor. Come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! I'm talking with people here! Alright. You grab a vehicle. Something versatile. I'll handle the gun. Alright! You need anything? Get me on the headset. I'll take his car. Hey Trevor, how's it going? Hey Trevor man! Hey yo Trevor! 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 Ich fahr immer so oben. Ihr kennt sie ja. Ihr kennt sie ja. Ihr kennt sie ja schon seit über 30 Teilen Vifa. Und ja. Boah, ich bin so froh, dass ich die Teile wieder neu aufgenommen nehme. Mike! Mike! You there! I got some poor bastards done, Mike! Ja okay. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way! By the way! I know why you took me there! To that guy's house! Understood! Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for ya! We don't gotta work for anyone, but I read ya man, loud and clear! What are you talking about? All that Aztec stuff! Those weird little artifacts! What? The little fertility statues, whatever! The guy has trouble getting it up! We'll clear two, three million on those! Easy! Perverts will pay anything for hope! We weren't casing the joint! We didn't agree to a fee for this job! So what's it all about? Okay! The guy lives well! That don't mean we're robbing him! But it does mean he's got money to pay people who help him! When the time comes, he'll do the right thing! If he don't, please, let me handle it! You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? I see the van with the gun in it! You near by? Not far out! Shoot the plane down and I'll be ready! If you could see this gun, it might convince you that Martin Madrazo ain't someone to be messing with! The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it! Now take down the jet! There it is! I'll pass downtown! Got to shoot in front to compensate for the speed of the jet! Hey, I'll get down the race! Can't hit that gun too! I'll on the other way! We can't take another shot! It'll go down next time! Then we'll go down next time! Engine is good! The plane is coming down! You want it? Oh shit! FRESH 43! Ich bin Drive-On-Fahrer mit dem Motor-Krossen-Flugzeug-Nach! Da war's... Da war der Frank viel besser Für diese Mission war der Frank 1000 mal besser Das ist Flight November 9er, Charlie Echo. Wir sind Nummer 2. Roger, November 9er, Charlie Echo. Fly, Hände 2-4-0. Stay yourselves on board. Pilot's fighting it, but he's going down! Good! Stay on if we need the files! Flight November 9er, Charlie Echo. Stay yourselves on board. Two souls on board. Engine 2 totally lost. All hydraulics lost. All hydraulic systems are gone. Roger, November 9er, Charlie Echo. Where are you putting it down? We're not gonna make the runway. Gonna have to ditch the son of a bitch and hope for the best. How you doin' out there? Still got him? I'm on him! He's passed the airfield! Landing ain't gonna be pretty! Where are you putting it down? Did you make yellow above the airfield? Can't pull it round. Gonna have to put it down in a field somewhere. Go, 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 go. Where are you putting it down? profesor. Blöd, there were a sea. There was a small matter of having to jump of the tobacco training. We have no hydraulic systems. No elevator control. Bare little aileron control. Series Tauces making a landing strip. So, jetzt habe ich es gleich. Ich habe es gleich. Freunde, wir haben das Flugzeug gleich. Alter, es fliegt immer höher. Wundernst, dass ich so gut Motocross sauen kann. Da geht ja. Wenn wir hier rauskommen, müssen wir bezahlt werden. Habe den Job. Ich werde uns bezahlt auf der Straße. Ich bin ein wichtiges Mann. Der Pilot ist tot. T, wie geht's? Okay, einfach okay. Ich habe die Pfeile. Ich nehme sie zu Madrezzo und erkläre den menschlichen Kosten dieses Erdn. Oh, mach es einfach, hör auf mich. Wir werden darüber reden später. Ich möchte, dass du die Pfeile ausbrechen. Ich muss die Pfeile entfernen und dann sprechen wir. Gott, dann ist halt einer mehr gestorben. Und einer hat zwar überlebt den Abschluss, aber... ...gibt es keine Probleme mehr. Alter, was das für eine Waffe ist, Mann. Eine Anti-Ihr, Mann. Mitten auf der offenen Straße? Oder... Ah, ich war schon wo. Ich weiß gar nicht, ob die explodiert. Ich weiß gar nicht, ob die explodiert. Ich weiß gar nicht, ob die explodiert. Ach, ich glaube schon. Ich hoffe es. Ja. Ja. Ich habe nichts gesehen. Das war das... Alter. Hier steht ja im Boden drin, Alter. Die ganze Heckscheibe ist voller Blutmanns. Ey, Frontscheibe. Was? Es war ein Veränderungsplan. Du musst nicht nach dem Ratsch kommen. Du hast mich in Stoner Samantwerks. Ein bisschen auf Sonora Road von dort. Was machst du, Trevor? Nichts, was du nicht tun würdest. Ich würde das nicht tun. Ich würde das nicht tun. Ich würde das nicht tun. Trevor, du bist ein Huhn. Hat er bestimmt in die alte knagelt oder entführt oder sowas. Ich kann es mir schon denken. Das war Liebe auf ersten Blick überhaupt, ne? Oh Gott. Wo ist er? Was ist das? Warum hat er sein Auto? Das ist ein Traum? Was ist das? Warum hat er sein Auto? Das sind die Leute schützt ihn in den Augen. Was ist passiert? Ach, ein Traum. Ich weiß nicht, warum du mit Leuten mit den Leuten wie so, Mike. Ich weiß, wirklich. Ich bin nicht. Trevor! Das ist der Frage. Ich habe einen Tag für ein Tag für ein Tag für ein Tag. DAS Ich war wirklich ein wenig angry! Ich hab ihn nicht mitgeworfen! Was für ein Kind davon hast du mir gebraucht? Oh, F***! Aber ich hab den Wunsch gebraucht! Oh nein! Oh, F***! Was hast du getan? Ich habe euch gerade erzählt, was habe ich gerade getan! Oh, F***! Ah, unfortunately, ich denke, dass wir müssen uns ein bisschen unterhalten, während wir diskutieren, mit Martin Oh, du denkst? Warum nicht nach hinten? All right, Patricia, hat sie bereits einen Shotgun Ich weiß ein schönes Ort, wo wir gehen können. Es ist ein sehr relaxierender Ort, ein kleines Geheimnis, wenn du will, ein Cabin in den Wald. Du weißt, was ich zu sagen. Komm her, Mann! Komm her! Zeit für einen Kurzurlaub! Ein guter Tageslohn! Okay, jetzt können wir zu... Alter, das hast du an, Mann! Oh, die Ortjacken ist geil, Mann! Wie kommt nicht der Hund eigentlich auf den Motorrad drauf? Sag mir das! Pass auf! Alter! Fangen! Ich weiß gar nicht, wo der hingeflogen ist. ... 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 Auf Wiedersehen. Der folgt denen. Das wurde überfahren. Und wurde angefahren. So. Wir könnten zum D. Die L müssen wir machen. Aber D sind die Hauptquests. Oh, Trevor hat ein Fragezeichen. Aber können wir natürlich jetzt nicht machen. Weil er sich versteckt, die Pussy. Wir müssen zum D, Freunde. Wir müssen zum D. Und die Speicher erstmal. Ja. Das war ja. Eine sehr spitzen Phase.